was machen wir denn heute ja genau ihr wollt das community aus schnell freischalten aber dafür müsst ihr level 3 sein früher hat man ungefähr so fünf stunden gespielt und man hat das community freigeschaltet das haus jetzt muss man aber hier beim skyblock level auf level 3 sein da seht ihr man kommt zum community shop dort kann man coole sachen machen beispielsweise kann man hier upgrade machen so wie ich habe hier jetzt mein mini upgrade fünf schon gestartet gab oder auch so was wie dass ich mein backpack für die accessories auch einfach größer machen kann ihr könnt ihr die verschiedensten sachen machen mega mega gut aber wir wollen uns heute darum kümmern wie ihr am schnellsten von level 0 auf level 3 kommt oder gibt es ganz ganz einfache sachen also wichtig ist auf jeden fall ihr könnt schnelle methoden machen dass ihr direkt auf stufe 3 kommt so mäßig dafür müsst ihr euch dann aber ein bisschen selber spielen oder ihr macht eine andere methode und da könnt ihr afk sein wichtig ist dass ihr bei jeder collection beispielsweise hier bei kaktus bei jeder stufe immer xp bekommt ihr seht hier man bekommt ihr immer 4 4 4 4 4 xp das ganze gibt es dann auch bei karotten und so stapelt sich das immer höher ihr müsst insgesamt 5 300 level bekommen wenn ihr diese 300 level bekommen habt dann seid ihr stufe 3 beim skyblock level hier einmal 100 200 300 und wenn ihr das dann geschafft wenn ihr die 300 level geschafft habt dann seid ihr stufe 3 eigentlich ganz einfach denn ihr müsst an sich nicht viel machen das ganze gibt es dann aber auch noch mal bei skills beispielsweise hier bei combat oder bei mining wir gehen mal hier auf mining da seite da bin ich sehr weit da bin ich jetzt bei 24 da bekommt ihr am anfang hier 5 5 5 5 5 das geht ihr dann immer so weiter immer weiter und am ende seite hier bekommt man denn schon 10 xp pro mining level und so ist es dann auch am ende beim mining 25 das ganze habt ihr hier überall auch bei combat da fängt es dann so an und hört dann hier mit 10 xp auf aber die frage ist jetzt was sollte man als erstes machen ja also wir gehen erstmal zu den farming methoden wo ihr selber spielen müsst und gehen danach rüber zu den methoden wo ihr afk sein könnt also was ich euch ja eben gezeigt habe ist ihr könnt ihr bei der collection beispielsweise unter farming gucken weizen könnt ihr hier auch sehen seht ihr hier ich habe beizung komplett voll 248.000 von 100.000 ihr bekommt immer 4 level und weizen farmt man extrem schnell da könnt ihr dann einfach so hier durchgehen die ganze zeit und sammelt das alles auf und könnt dann so extrem schnell leveln ihr habt hier die ganzen flächen die sind meistens immer voll so wie ich es kenne weil ich kaum leute sehe die farmen dann könnt ihr das hier einfach alles auf ganz entspannt abfahren ihr könnt euch sogar noch falls ihr wollt dass es schneller geht dafür gehen wir jetzt hier mal zum spawn ich habe jetzt tatsächlich keine rüstung an deswegen habe ich wenig mana könnt ihr euch hier sogar eine walkie hole holen damit könnt ihr noch mal 50 prozent extra chance auf einen sieht das könnt ihr gut benutzen könnt ihr kaufen damit auch noch weiter durch machen wenn ihr das mit weizen gemacht habt könnt ihr dann zur nächsten farming insel weitergehen dort könnt ihr euch nicht nur weizen da könnt ihr auch noch weizen holen karotten beispielsweise auch noch kartoffeln oder ihr habt kürbisse und melonen das könnt ihr euch alles abfahren ich gebe euch einen tipp für kürbisse und melonen holt euch am besten eine diamantschmutzhacke dazu kommen wir dann auch noch gleich denn die könnt ihr dann viel schneller abbauen wie ihr seht hier kann man auch gut farmen das sehe ich auch gefühlt zum ersten mal das hier mal ein bisschen was frei ist ich bin aber auch der einzige der hier auf dem mini server ist was sehr entspannt ist ja das letzte video kam ja sehr gut an mit den mit der geld methode die weizenminutes sind wieder vom preis weiter runter gegangen leider da habe ich mich auch wieder ein bisschen geärgert aber so soll es sein dann könnt ihr hier die karotten farmen auf ganz entspannt auch einfach durchfarmen bzw das sind kartoffeln und keine karotten denn die karotten sind da hinten die könnt ihr hier auch einfach entspannt abfarmen da könnt ihr sogar echt extrem viel sammeln also wie ihr schon seht hier man sammelt wirklich extrem schnell und damit habe ich dann auch beispielsweise auch nur weil hier so wenig ist schon sehr sehr viel voll gemacht also wenn man jetzt mal hier in die collection reingeht unter farming ich weiß nicht ob man das noch nachgucken kann hier 100 karotten da habt ihr eure ersten 4 xp und das gleiche ist auch bei kartoffeln weiz und alles und ihr seht ja ich habe ja schon innerhalb von wenigen sekunden das gerade voll gemacht da macht ihr einfach die erste stufe immer voll so könnt ihr dann auch das ganze dann sozusagen sammeln wenn ihr die entscheidenden sachen davon habt könnt ihr das ganze dann auch verkaufen gehen ihr könnt leider erst ab level 7 beim bazar zugreifen deswegen müsst ihr dann das ganze beim npc verkaufen dann könnt ihr auch noch hier weitere collection machen wie gesagt ihr levelt ja hier wenn ich jetzt irgendwas töte levelt ihr euer combat level wenn ihr das gelevelt habt oder levelt dann könnt ihr ebenfalls auch xp sammeln das machen wir jetzt mal kurz wir töten hier einfach mal alles durch holt euch da am besten irgendwie ein schwert ihr könnt am anfang bei einem minion euch ganz in ganz entspannt ein cooles schwer tun da könnt ihr dann noch rechtsklick machen und habt dann seid dann ein bisschen schneller ja irgendwie kommt hier combat sehr langsam aber dafür könnt ihr hier die collection auch voll machen ebenfalls gibt es hier bei farming dann auch das mit dem schweinefleisch man sieht hier jetzt schweinefleisch brauche ich 50 habe ich noch gar nicht gefahren ich habe hier allgemein noch gar nichts von den tieren getötet das könnt ihr ja einfach ganz entspannt machen wenn ihr da überall 50 fleisch habt und so dann levelt ihr da auch gut hoch das könnt ihr nebenbei machen falls ihr wartet dass die felder vollgehen oder ihr wechselt einfach den server falls ihr nur normal farmen wollt ihr seht ich kann hier alles ganz entspannt töten holt euch da wie gesagt am anfang vom spawn ein ganz entspanntes schwert da könnt ihr auch noch schneller laufen dann könnt ihr noch schneller rumlaufen das kann ich jetzt mit dem hier auch machen beispielsweise da tp ich mich dann aber noch deswegen das andere ist schon entspannter obwohl man hiermit auch tatsächlich schwieriger schlägt außer man ist extremer minecraft profi und ihr seht ich habe vier skyblock xp dazubekommen und habe dann ein kuh minion rezept bzw das rezept für das kuh minion bekommen und damit kommen wir dann rein theoretisch auch gleich schon zur nächsten sache ihr könnt das ganze dann auch noch mit mining machen ihr geht einfach rein farmt eisen oder keine ahnung was ihr fahren wollt das ganze könnt ihr dann auch noch mal mit bäumen machen das sind so die schnellsten sachen die ihr fahren könnt farmt einfach nur die ersten zwei drei stufen bei den ganzen collections dann könnt ihr da auf jeden fall eure xp abbekommen und ihr seht hier ich habe nebenbei sogar noch fehler gemacht und auch noch ein chicken auf ganz entspannen dann könnt ihr sehen hier auf könnt ihr sehen ich kriege meine ganzen skyblock xp alle die ich auf jeden fall bekommen sollte und ihr könnt den ganzen kram nebenbei noch verkaufen so falls ihr hier jetzt beispielsweise melonen oder so sucht da tp nutzen wir hin das könnt ihr alles hier fahren warum ich gesagt habe eine axt es ist extremst langweilig so also das dauert viel zu lange das macht keinen bock geht hier mit einer axt effizienz fünf rein ballert das alles durch und fertig wenn ihr bäume fällen solltet eine jungle axt kann ich euch empfehlen das ist so eine mit die günstigste und die beste axt die man sich dafür holen kann auf jeden fall so jetzt kommen wir aber zur nächsten stufe und zwar ihr habt keinen bock die ganze zeit irgendwelche xp zu fahren ja dann macht ihr es einfach ganz leicht ihr farmt euch einfach kurzen einfach hier die collection durch beispielsweise in den kuh minion haben wir eben gefarmt dann können wir zur insel gehen zur eigenen insel wenn ihr ja das kuh minion also kuh minion getraftet habt könnt ihr den hier hinstellen und durch das einsammeln von den sachen ich werde euch das jetzt sofort zeigen wenn ich mein inventar gelehrt habe und übrigens durch das einsammeln der ganzen sachen hier seht ihr dass mein farming level hoch ich bin hier bei 25.800 ich gehe hier zum nächsten und bin hier bei 27.100 und dadurch könnt ihr euch auch gut hoch farmen ich gucke dir jetzt gleich mal in den chat bam farming habe ich jetzt noch mal höher gemacht da seht ihr wieder zehn skyblock xp bekommen und ihr seht ihr es ist echt nicht mehr viel dann bin ich schon level zwölf und so könnt ihr ganz entspannt euch einfach durchfarmen aufkamen macht am besten verschiedene minions nicht nur farming minions sondern auch mining minions und noch andere minions und dann nicht nur dieselben minions falls ihr mehrere slots habt falls ihr 14 slots habt oder so wobei ihr da auf jeden fall schon level 3 sein solltet könnt ihr ja auch verschiedene mining minions beispielsweise eisen und diamant dann verschaltet ihr nämlich noch verschiedene sachen auch frei und könnt dadurch noch schneller euch hochlevel das ist ganz eigentlich ganz entspannt umso mehr minions ihr dann am ende habt beziehungsweise wenn ihr dann auch das haus frei habt dann habt ihr ja die chance eure minions noch mehr zu upgraden also ihr könnt ja dann fünf free minions dann bekommen durch die upgrades und ihr solltet auf jeden fall dafür sorgen dass ihr hier bei der collection euch mehr minions slots macht umso mehr minions umso besser ihr könnt nebenbei noch besser level und am level 7 schaltet man dann auch den bazaar frei und da gehen wir jetzt auch mal hin wenn ihr nämlich level 7 habt dann könnt ihr hier zu dem bazaar gehen ich liebe den herpixel server weil der manchmal echt am ruckeln ist und dann seht ihr ich könnte hier jetzt alles tatsächlich schon verkaufen encharted seeds gehen auf jeden fall sehr gut ab vor 1,23 millionen hatte ich ja im letzten video schon gesagt weizen minions sind momentan das ding wenn ich sie jetzt für 1,21 millionen verkaufen könnte oder ich verkaufe sie einfach hier für 1,4 oder ja hier dann stelle ich das einfach rein und mache einfach 1,4 millionen umsatz das geht auf jeden fall ganz schnell so macht man gut geld also wenn ihr level 7 seid könnt ihr hier richtig dick schnell verkaufen denn ich habe euch ja nur im letzten video gezeigt wie man ganz entspannt und ganz schnell geld bekommt aber nicht gezeigt wo ihr das dann verkaufen könnt und ich würde sagen in dem nächsten video kümmern wir uns dann auch um den bazaar dort kann ich euch dann auch noch ein paar einzelheiten zeigen oder wie ihr auch bazaar flipping machen könnt ich hoffe euch das video gefallen falls ja lasst gerne ein däumchen nach oben da und ein abo und ein like und ich würde sagen wir sehen wir sehen uns beim nächsten video und ich fahre wieder durch die nacht autobahn 200 km h und ich gebe wieder einmal gas ausgebrannt kummer ist am start sag wann bist du wieder da denn ich kann nicht mehr sag wann bist du wieder da denn ich habe schmerz sag mal bitte nur wohin die reise führte denn bisher hat mich keiner so berührt denn innerlich am bein und alles kühle gib mir bitte nochmal das gefühl ey blick hier nach draußen und ich mag es nicht fahre durch die nacht